Der Markenkonstrukt-Podcast. Wir machen Marken. Digital. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Zum Thema digitale Transformation. Im Gespräch über digitale Markenführung. Von und mit Norman Glaser. Virtual Reality verändert Markenerlebnisse. Ein Artikel von Markenkonstrukt. Verfasst von Norman Glaser. So werden Virtual Reality und Augmented Reality in Zukunft ihr Unternehmen verändern. Was früher noch hauptsächlich in Science-Fiction-Filmen zu sehen war, ist in jüngster Zeit in aller Munde. Virtual Reality. Das Eintauchen in digitale, von Computern generierte und lebensechte Welten schien lange eine realitätsfremde Utopie zu sein. Nachdem zahlreiche Hersteller aber voll funktionsfähige Virtual Reality-Brillen präsentiert haben und die Kommunikations- sowie Informationstechnologie immens vorangeschritten ist, wird aus der Zukunft plötzlich Gegenwart. Seit dem heurigen Jahr sind die entsprechenden Technologien reif für den Massenmarkt. Und die Investitionen in Virtual Reality und Augmented Reality-Unternehmen sind sprunghaft angestiegen. Bis zum Jahr 2025 wird von Goldman Sachs ein Umsatz von rund 80 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Zahlreiche Unternehmen haben die Zeichen der Zeit schon erkannt und Virtual Reality sowie Augmented Reality zu einer strategischen Priorität erklärt. Und bereits jetzt zeigen sich unzählige höchst interessante Anwendungsmöglichkeiten dieser neuen Technologien, die sich nicht nur auf eine neue Dimension der Kommunikation beschränken. Eine besonders interessante Studie zum Thema Digitalisierung, Virtual Reality und Augmented Reality, Nutzen und Potenziale, hat die KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zusammen mit Present4D erstellt. In dieser Studie wurden 400 Virtual Reality und Augmented Reality-Anwendungen auf ihre Relevanz im Bereich B2B getestet. Davon wurden 260 relevante Beispiele definiert, analysiert und entlang einer standardisierten Wertschöpfungskette angeordnet. So werden Fragen nach der erreichbaren Wertschöpfung, den zu erwartenden Veränderungen von Leistungen und des Marktes sowie auf mögliche Einflüsse auf das Ertragsmodell beantwortet. Diese Informationen liefern Ihnen einen wertvollen Einblick in die momentane Situation sowie wichtige Informationen, um Ihr Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Digitalisierung. Das steckt hinter Virtual Reality und Augmented Reality. Obwohl beide Begriffe gern synonym verwendet werden, meinen sie zwei völlig unterschiedliche Dinge. Virtual Reality sowie Augmented Reality bieten nicht nur verschiedene Erfahrungen, sondern verfügen auch über unterschiedliche Potenziale für Unternehmen. Virtual Reality. Unter Virtual Reality versteht man die Simulation einer lebensechten, nicht-physischen, interaktiven, von einem Computer generierten Umgebung mit allen physikalischen Eigenschaften der wirklichen Welt. Die virtuelle Realität kann mit allen Sinnen erfasst werden, während die Wirklichkeit vollständig ausgeblendet wird. Ermöglicht wird dies durch eine entsprechende technologische Ausrüstung, allen vorangeschlossenen Systemen wie der VR-Brille. Anwender tauchen vollkommen in die künstlich generierte Welt ein und nutzen in dieser umfangreiche Interaktionsmöglichkeiten. Dies sorgt für intensives emotionales Erleben. Augmented Reality. Im Gegensatz zu Virtual Reality handelt es sich bei Augmented Reality nicht um eine alternative virtuelle Welt, sondern um eine Erweiterung der bestehenden Wirklichkeit. Von Computern generierte Informationen wie Bilder, Videos und auch Objekte ergänzen die reale Welt sowie die reale Wahrnehmung des Anwenders. Ebenso wie bei Virtual Reality geschieht auch dies über spezielle Brillen. Das Anpassen virtueller Elemente an die Wirklichkeit gilt als besondere Herausforderung der Augmented Reality. Das Beste aus zwei Welten. Augmented Virtuality. Augmented Virtuality bezeichnet die Kombination von Virtual Reality und Augmented Reality. Experten sehen in dieser Verschmelzung der physischen sowie visuellen Welt das größte Zukunftspotenzial. So könnten in Zukunft etwa von der realen Welt aus getätigte Anrufe in der virtuellen Welt angenommen werden. Gerade hier bieten sich für Unternehmen unzählige Möglichkeiten. Digitalisierung. Nachdem sich im Laufe der Entwicklung Virtual Reality sowie Augmented Reality als zwei eigenständige Technologien herauskristallisiert haben, lässt sich für die Zukunft eine Annäherung bis hin zur Verschmelzung beider Technologien vorhersagen. Für Unternehmen gilt folgende Prämisse. Bevor wirklich neue Geschäftsmodelle entwickelt und etabliert werden können, wird es zunächst um die Optimierung der aktuellen Wertschöpfungskette gehen. Zumindest so lange, bis die Technologie entsprechend ausgereift und auch eine dementsprechende Marktdurchdringung erreicht ist. Aber wenn Sie mit Ihrem Unternehmen auch in Zukunft bestehen möchten, sollten Sie bereits jetzt damit beginnen, sich auf die kommenden Entwicklungen vorzubereiten. Eines ist klar. Das volle Potenzial von Augmented Reality, Virtual Reality und Augmented Virtuality ist heute noch nicht einmal ansatzweise ausgeschöpft. Große Unterschiede gibt es hier vor allem auch in den einzelnen Fachbereichen, die die neuen Technologien sehr unterschiedlich stark nutzen. Transport und Logistik 1%, Service 1%, Produktion 2%, Forschung und Entwicklung, Produktentwicklung 7%, Projektmanagement und Verwaltung 7%, Human Resources Management 12%, Nutzung 18%, Marketing und Vertrieb 52%. Anhand dieser Zahlen wird rasch ein steiles Gefälle zwischen den einzelnen Fachbereichen deutlich. Besonders hervorstechend ist das momentan besonders große Potenzial in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Darüber hinaus wird auch den Bereichen prozessbegleitende Anwendungen sowie Produktentwicklung ein sehr hohes Potenzial attestiert. Digitalisierung. Auf diese Weise wenden Unternehmen Virtual Reality und Augmented Reality bereits heute an. Einen noch detaillierteren Einblick in die Potenziale von Virtual Reality sowie Augmented Reality gibt ein Blick hin zu den Anwendungsbeispielen in den einzelnen Industrien. Vorweg kann festgestellt werden, dass das momentan größte Potenzial in den Bereichen interne Prozesse sowie in Vertrieb, Marketing und After-Sales liegt. Darüber hinaus lässt sich ein verstärkter Einsatz in Prototyping sowie Forschung und Entwicklung beobachten. Zu den konkreten Anwendungsbeispielen zählen Prototyping, Design und Simulation. Ganze Prozessabläufe werden durch den Einsatz von Virtual Reality und Augmented Reality schneller und effizienter. Zudem ermöglichen die neuen Technologien standortübergreifendes Innovations- und Projektmanagement. Marketing, Messen und Ausstellungen. Virtual Reality erlaubt es nicht nur, den Kunden ein bislang ungekanntes Produkterlebnis zu bieten, sondern ermöglicht es auch, sehr große und noch in der Planung befindliche Produkte zu präsentieren. Dabei überzeugen die Produktpräsentationen sowohl mit ihren ungeahnten technischen Möglichkeiten als auch mit der hohen Emotionalität. Lagermanagement. Auch in diesem Bereich versprechen Virtual Reality und Augmented Reality hohe Kosteneinsparungen, eine deutliche Steigerung der Effizienz um bis zu 25% sowie eine Senkung der Fehlerquote um rund 40%. So können Augmented Reality-Anwendungen sowohl in der Kommissionierung als auch im Lagermanagement eingesetzt werden. Training und Ausbildung. Ob auf Mitarbeiter- oder Kundenseite, auch in diesem Bereich überzeugt das Potenzial von Virtual Reality und Augmented Reality-Anwendungen. Präsenzveranstaltungen könnten bald ausgedient haben, was zu einer deutlichen Senkung der Aus- und Weiterbildungskosten führen würde. Seminare könnten wiederum um realistische Simulationen von Arbeitssituationen ergänzt werden. Digitalisierung. Was bringt die Zukunft? Eine Prognose. Experten sind sich einig. In Zukunft wird sich vor allem eine Verschmelzung von Virtual Reality und Augmented Reality durchsetzen. Diese Mischformen werden zusammen mit Plattform-Anwendungen dazu führen, dass völlig neue Geschäftsmodelle entstehen. Auch darüber, was in Zukunft möglich sein könnte, gibt die Studie der KPM-GAG und Present4D Auskunft. So zeichnet sich ein interessantes Bild davon ab, was mit Virtual Reality und Augmented Reality schon bald Realität werden könnte. Virtuelle Pop-Up-Stores in den angesagtesten Locations großer Städte bieten den Kunden die Möglichkeit, ständig neue Marken und Produkte kennenzulernen und zu erleben. Darüber hinaus profitieren auch die Hersteller, denn sie erhalten Zugang zu den Kundendaten. Dieses Konzept eignet sich für den weltweiten Einsatz und hat vor allem Kunden, die keine bestimmte Marke anvisieren, als Zielgruppe. Durch den Einsatz von Virtual Reality und Augmented Reality lassen sich Werbung und Markenbildung ausbauen, die individuelle Beratung der Kunden stärker forcieren sowie die maßgeschneiderte Produktkonfiguration optimieren. Auch die Wertschöpfungskette gestaltet sich äußerst vielfältig. So kann Wertschöpfung etwa durch die Immobilienbeschaffung, durch die Ausstattung der Räume mit entsprechender Technik, durch Vertrieb und Marketing oder auch durch Serviceleistungen für den Mieter entstehen. Die Finanzierung der Anwendungen erfolgt durch die Mieter der Räumlichkeiten, die die Wahl zwischen unterschiedlichen Modellen von der reinen Vermietung der Räumlichkeiten bis hin zum Komplettpaket haben. Beim virtuellen Pop-up-Store handelt es sich aber längst noch nicht um die einzige Prognose der Studie. So werden auch weitere Geschäftsmodelle wie etwa der Virtual Reality Immobilienmarkt skizziert. Auch für die Bekleidungsindustrie eröffnen sich durch Virtual Reality und Augmented Reality völlig neue Möglichkeiten. Vermessung, Beratung und Anprobe könnten in Zukunft virtuell stattfinden. Ein besonders interessanter Ansatz sind auch virtuelle Reisen, die insbesondere körperlich eingeschränkte Personen ansprechen sollen. Sie sehen, die angedachten Möglichkeiten sind bereits heute äußerst attraktiv und zeigen deutlich, wie viel Potenzial in Virtual Reality und Augmented Reality steckt. Das auffälligste Kennzeichen von Virtual Reality sowie Augmented Reality Anwendungen ist sicherlich die allseits bekannte Brille. Diese ist nicht erst seit der großen Offensive in diesem Bereich vielen ein Begriff, sondern bereits aus zahlreichen Science-Fiction-Filmen bekannt. Dabei ist die Virtual Reality-Brille jedoch nur die sogenannte Kern-Hardware. Neben ihr wird für Virtual Reality und Augmented Reality Anwendungen auch Peripherie-Hardware wie Sensoren und Controller benötigt. Letztendlich braucht es auch Software-Provider und auch Content, um die Anwendungen zu unterstützen. So umfasst das Virtual Reality-Augmented Reality-Ökosystem im B2B-Bereich eine ganze Reihe an Komponenten. Hardware Primäre Hardware Virtual Reality Augmented Reality-Brillen Sekundäre Hardware Motion Controller Basistechnologien Smartphones Displays PCs 360-Grad-Foto-Videokameras Tracking Software Native Software Treiber Virtual Reality Augmented Reality Firmenportale Technologie-Entwickler Anwendungsentwickler App-Entwickler Integration in die Unternehmens-IT App-Stores Bilder Videos Content-Producer Content-Provider App-Entwickler Asset-Stores App-Stores Tools Software-Entwickler Software-Bibliotheken Software-Publisher Asset-Stores Digitalisierung Wenn Science-Fiction Wirklichkeit wird Ein Blick hin zu den zu erwartenden Entwicklungen verrät, im Bereich Virtual Reality und Augmented Reality wird Science-Fiction wahrscheinlich bald zu Science-Fact. So wagt die Studie der KPMG AG und Present4D auch die allgemeine Entwicklung der Technologie betreffend eine Prognose für die nächsten Jahre. Und diese zeigt ein überaus interessantes Bild. Die Simulation digitaler Gerüche wird möglich. 2018 Bewegungssimulatoren Virtual Reality-Themenparks und Pop-Up-Stores 2022 Full Dive Virtual Reality Perfekte Immersion Virtual Reality-Bekleidungsatelier 10% der Menschen sind über Kleidung, wearable, im Internet der Dinge Eine Billion Sensoren mit dem Internet verbunden 2023 Erstes kommerzielles Handy zum Implantieren 90% der Weltbevölkerung besitzen ein normales Handy 2024 Avatar-Mensch Interaktion in Virtual Reality-Umgebung Universalübersetzer für nahezu alle Sprachen 2025 Klassischer Bildschirm verschwindet Brillendesign Gedankensteuerung von Geräten Medizinische Nanobots werden entwickelt 2029 Die künstliche Intelligenz erreicht menschliches Niveau 2030 Holodeck Ganzraumsimulation Virtuelle Reisen 50% der Haushalte mit 3D-Drucker Durchbrüche bei der Gehirn-Computer-Schnittstelle 2037 Quantencomputer sind inzwischen verbreitet 2040 Menschliches Gehirn mit direktem Anschluss zur Virtual Reality-Technik 2044 Digitales Lebensarchiv Full-Life-Recording 99% des Wissens ist neu im Vergleich zu 2005 2058 Supercomputing Power Simulation der Leistung von einer Milliarde Gehirnen in Echtzeit 2065 Self-Assembling Buildings 2070 Weite Verbreitung der Kernfusion 2081 Memory Backups des Gehirns 2098 Verbot von Bargeld 2099 Die durchschnittliche Arbeitszeit liegt unter 20 Stunden in der Woche Die Zukunftsforscher der KPMGAG empfehlen allen Führungskräften und Entscheidungsträgern angesichts der prognostizierten Entwicklungen Virtual Reality sowie Augmented Reality bereits jetzt ins Visier zu nehmen, um auch künftig mit ihrem Unternehmen vorne dabei zu sein Die Entwicklungen in den Bereichen Virtual Reality sowie Augmented Reality werden in Zukunft wohl alle Bereiche des Lebens durchdringen und diese zum Teil bis in ihre Grundfesten erschüttern und verändern Selbstverständlich werden Unternehmen nicht von diesen Entwicklungen verschont bleiben Dabei werden einige Industriebereiche wahrscheinlich eher betroffen sein als andere Vor allem Unternehmen, auf die folgende Aspekte zutreffen, werden höchstwahrscheinlich im Mittelpunkt der zu erwartenden Entwicklungen stehen Unternehmen mit hohen Forschungs- und Entwicklungskosten Unternehmen, die informationsintensive und stark emotional behaftete Produkte herstellen Unternehmen mit komplizierten Prozessabläufen Unternehmen, die einen steigenden Bedarf an Kompetenzen und Qualifikationen ihrer Mitarbeiter haben Unternehmen mit reiseintensiven Tätigkeiten Unternehmen, die sich mit vielen sicherheitsrelevanten Aspekten auseinandersetzen müssen Sollte Ihr Unternehmen in diese Kategorie fallen, empfehlen wir Ihnen, sich bereits jetzt mit Virtual Reality sowie Augmented Reality und den daraus entstehenden Mischformen auseinanderzusetzen Und dabei geht es nicht nur darum, Potenziale zu erkennen, sondern auch darum, Schwachstellen sowie Risikobereiche zu identifizieren, um potenzielle Fehlerquellen rechtzeitig zu beseitigen So sind Sie mit Ihrem Unternehmen perfekt auf die kommenden Entwicklungen vorbereitet und können mit diesem auch in Zukunft eine Vorreiterrolle einnehmen So ist es wollen, would ich sagen, wir sehen uns wieder Wir teilen k ہ Atlant drew